Der Alexa-Skill Big Baby Schlaf Daniela hat nach der Geburt ihres Kindes Henry ein Riesenproblem. Henry hat starke Anpassungsschwierigkeiten und schreit sehr viel. Wenn Daniela Henry zum Schlafen hinlegen möchte, dreht der Kleine so richtig auf und brüllt sich die Seele aus dem Leib. Danielas Nerven liegen blank. Da sie Henry nicht einfach schreien und alleine lassen möchte, fehlt ihr zunehmend Schlaf und die Kraft, um sich umfassend um Henry zu kümmern. Daniela hat erfahren, dass die Big genau für solche Fälle einen Alexa-Skill entwickelt hat. Mit White Noise-Geräuschen à la Föhn oder Staubsauger soll der Skill Babys einfacher in den Schlaf verhelfen. Der Skill ist kostenlos und kann mit Amazon Echo oder der Alexa-App auf dem Smartphone genutzt werden. Daniela probiert es aus. Mit den Geräuschen eines laufenden Föhns beruhigt sich Henry viel schneller und schläft schon nach wenigen Minuten ein. Daniela ist erleichtert und kann nun die Auszeit nutzen, um neue Kraft zu tanken. Schon nach wenigen Wochen hat Henry seine Anpassungsschwierigkeiten überwunden und kann auch ohne Föngeräusche sicher einschlafen. Einschlafen.